Ich habe gestern entschieden, ich werde jetzt Gitarre lernen und ich sage das jetzt hier und heute. Frisch von der Bühne, hallo Esther Graf. Hallo, was geht ab? Was ist denn dein Lieblings-Adlib? Splash! Wenn du ein eigenes Festival hättest, wie würde es denn aussehen? Es dürfen nur Bands kommen. Auch wenn es Solo-Künstler ist, er muss mit einer Band kommen und darf nicht mit DJ spielen. Was ist denn der beste Song des Jahres bisher? Dive von Olivia Dean. Trockenshampoo oder im Seebaden? Ich bin auf jeden Fall Team Trockenshampoo. Habe ich auch jede Menge heute drin. Was machst du als letztes vor deiner Show? Meine Band umarmen und ein paar Stoßgebete. Wann bist du besonders happy mit deiner Performance? Wenn ich gesanglich zufrieden bin, weil ich finde, das Publikum ist so schwer zu beeinflussen. Manchmal sind die gut drauf, manchmal nicht. Und gibt es einen Secret-Fact über dich, den noch keiner weiß? Ich habe gestern entschieden, ich werde jetzt Gitarre lernen und ich sage das jetzt hier und heute, damit ich nächstes Jahr auf Tour zwei Songs mindestens mit Gitarre auch mitspielen kann. Weil es ist auch dumm, dass ich mit meiner Musik gar keine Gitarre spielen kann und Klavier will. Bei einer Esther Graf Show natürlich keiner hören. Ansage. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.